Hallo, da sind wir wieder. Ja, was soll ich sagen? Scheiß hat immer noch nicht funktioniert. Wir haben den Motor, den man noch nicht kriegt. Also, keine Ahnung, was das scheiß soll. Aber, wir werden wohl hier und da mal alle 15 Minuten hin und gucken müssen, ob es klappt. Moment, Eisen packen aber erstmal weg. Ich würde sagen, wir machen hier Schmelze, Schmelze. Und ja, gucken halt gelegentlich mal nach, ob was passiert. Hier wäre es schön, wenn man die Option hätte, auch mit Kohle zu heizen. Ja. Den mal hoch. Da haben wir die. Okay, das ist blöd. Obwohl, das ist auch noch größere. Nimm mal so. Yeah. Okay. Dann wieder runter. Ein bisschen auf die Zeit auch, dass wir halt da die Händlerin nicht verpassen. Ich bin echt gespannt, wenn das Update kommt, was alles gemacht wird. Ich hoffe, das ist nicht nur so ein aufhübsches Update. Ich meine, das hat es nötig. Weil es eigentlich auch okay ist. Mal gut, hier und da kann definitiv noch was, besonders unter Wasser. Aber darauf wollen sie hier bei den Updates spezialisieren. Ja, das ist wirklich, dass man hier auch schön unter Wasser denn agiert. Weil, sind wir mal ehrlich, eine Welt unter Wasser? Und so viel haben wir jetzt unter Wasser nicht zu machen gehabt. Echt jetzt? Scheiße. Stimmt man, Holz brauchen wir auch noch. Naja, die heben wir mal drauf. Wow. Das wird vorne nicht rein. Oh Backe, oh Backe, oh Backe. Ah, hier ist auch nichts dickeres. Naja, ein bisschen kriegen wir noch hin. Du, 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 du. Ist das Strom? Wieso sind wir eigentlich konstant im Minusbereich? Ich bin doch nur die Lichter an. Ich bin doch nur die Lichter an. Ah, okay. Die Hälfte der Stromquellen geben uns ein bisschen weniger. Stimmt ja. Das ist aber echt Spaß. Ist schön, dass wir da die Wolken sehen. Aber naja. 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 Wir brauchen drei Stück pro. Nein. Naja. Naja. Das war's jetzt, ne? Ja. die reihe noch durch und dann haben wir es dann können wir theoretisch noch holztur machen wobei ich sagen würde das machen wir auf der radioinsel und dann sind wir auch gleich in der nähe vom händler dann ich bin ja wir könnten hier auch ein bisschen märz und da war das wächst danach dann sehen wir gleich mal wie viel wir dann hier kriegen ich bin ja Missed. Mm-hmm. So ein Stack oder zwei müssen das bestimmt sein. Ich füge nicht mal die Hälfte. Also nicht. So, dann gucken wir mal hier rum noch. Und rechts. Und wir haben... Oh. Das ist jetzt nicht verkehrt. Würde ich sagen. Guck, wir werden gleich weitermachen. Ja, dann machen wir weiter. Was sind drei? Oh, drei Stück. Und dreimal können wir durchziehen. Eigentlich ziemlich leicht zu zählen. So nach... Bei 80 Folgen rum. Erst gemerkt. Ja, okay. Ja, scheiß mal da. Ach, wie gut, dass niemand weiß. Hm. 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 Nee, dürfen es nur noch mehr sein. Ist ja blöd. Es sind ja dreimal pro 10er Stack. Okay. Dann können wir noch ein bisschen mehr mitnehmen. So. Oh, ich weiß, das ist eine langweiligere Folge. Aber... Muss halt auch sein, ne? Man kann ja schlecht hier ständig alles offline machen. Macht halt nicht so viel Sinn. Hm. 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 So, das waren zwei Stück. Jetzt gehen wir drei. Zack. Sieht doch schön aus. Hm. 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 Ich weiß schon, wenn wir die irgendwie designen könnten. Apropos. Mensch. Hab ich ja nachgegangen. Warst du hier? Nee, du warst oben. Nee. Nee. Da. Bauen. Ach so. Ja. Ach man. Ach so. Ja. Ach man. Hm. Hm. Ups. Hm. 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 Ich hab's zuerst einmachen sollen, ne? Weil's so aussieht. Naja. Jetzt haben wir's. Jetzt machen wir's auch. So. Hä? Äh. 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 Ach, das ist doch blöd gemacht. Naja. Wir haben auf jeden Fall einen anderen Boden. Hey, Vogel. Ach, so viel Holz haben wir uns auch nicht verschwendet. Der war perfekt wie unten, ne? Der Boden. Ach, na gut. Schmeißen wir das da rein. Oh, sechzehn. De-de-de-de-de. Ey, Platz. Wir sind da schon sechzehn Minuten in der Folge. Komm, bitte. Ich lasse jetzt einen da sein. Bitte, 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 bitte. Schöne Kacke. Mann. Hmm. 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 Ach Gott. Stimmt. Das war ja was. Ah. So. Da war ja was kaputt. Ah. All right. Okay, reicht sogar einer. Hmm. Theoretisch könnte man den langsam auch komplett einreißen. Und alles aus dem Metall machen. Aber ich mach das halt aber auch. Was mich eher stört ist, dass die halt... ...alle doof sind. Ah. Stehen immer schön vor der Mauer, sodass wir die nicht treffen können. Das kackelt. Also wir sind echt immer gezwungen raus zu rennen. Das ist echt nur ein Manko, das mir echt nicht gefällt. Oh. Oh. ok so 17 Uhr rum waren wir da ja so 2,5 gucken wir nochmal dann sollten wir hoffentlich einen Motor haben ach man, die 2 Uhr tun wir uns aber dann haben wir jetzt noch 2 rein, ich finde das passt ok, Moment sieht doch gut aus ja, sieht auch nicht so gut aus ich würde trotzdem gerne wissen, was wir sehen können, was wir da drin haben aha so oh, das ist ja schon mal eine schicke Anzahl ok hier nochmal nach oben ne, nach ganz oben so schau mal wenn wir schon mal hier oben sind können wir auch ein paar Vögelchen mitnehmen das ist nicht so bescheuert ne ja ne komm den scheiß reißen wir jetzt gleich nochmal ab ok geht nämlich in den Schienen auf den Sack, der Mist äh, haben wir den hier? ja Das war's. Die sind halt hässlich. Alles so gut. So. Denn... Was brauchen wir denn dafür? Schrott und... Seile. Wir machen nur die Hänge länger. Waren wir uns noch mal recht dunkel. Damit wir das bestmöglich ausleuchten können. Ja. Finde ich cooler. Viel cooler. Oh. Oh. Okay, das ist doof. Ähm... Moment. Shit. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Waren wir hier hin. Dann haben wir keinen Schrott mehr. Okay. Dann können wir jetzt mal gucken. Holz brauchen wir. Holz und Schrott. Mit bisschen Glück können wir die stehenden Dinger an der Wand machen. Und dann wird's bald Zeit, dass wir wirklich Holz holen gehen. Ja toll. Wohl das würde gehen. Das sieht doch ein bisschen komisch aus. Aber... Was soll's ne? Dann machen wir hier noch hin. Ja komm. Ist doch erheblich geil da. Na gut. Sonnenlicht kommt jetzt dazu. Ja doch. Ich find's äh... gemütlicher. So. Tschüss. Tschüss. Toll. Vielleicht können wir woanders hinpacken. Das find ich auch. Okay. Denn... So. Teil der Seite. Fort. Hmm. Gut. Wir haben volles Ende. Das heißt, wir düsen jetzt den Händler. Und ich hoffe, sie hat jetzt das da, was wir haben wollen. Sonst wird es knubbelsauer. Bitte, 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 bitte. Dann können wir nämlich in der nächsten Folge loslegen. Ein paar Sekunden. Ich muss jetzt einen schönen Daumen drücken. Drei, zwei, eins, null. Leck mich am Arsch. Ist doch kacke, was soll das? Mann. Was geht bei dir? Ah, Müll. Shit. Ja gut, dann heißt es. Auf in die nächsten Folge. Und dann mal schauen, was wir denn haben. Oder nicht haben. Oder kriegen. Oder nicht kriegen. Also, macht's gut. Haut rein. Bis morgen. Ciao, ciao.